hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin natürlich auf die jagd nach entdeckt und heute habe ich das spiel mystic heroes idol rpg viel spaß und da sind wir schon wieder ich habe das tutorial durchgespielt weil ich dachte ich hätte ja das spiel schon mal gespielt das kommt mir auch ziemlich bekannt vor aber ja ich habe es glaube ich dann letztes mal werden nicht abgespeichert oder der spielstand ist verloren ich würde jetzt das ist so ein ähnliches spiel wie afk arena das heißt schon sehr ähnlich wie afk arena ja halt nur antrück karkt ja 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 das sind alle gut dann werde ich probieren mein technischen dennis alle fertig zu machen Okay, dann zu. Ach, das ist schon fast alle fertig, bis auf eine Aufgabe. Hm. Keine Freunde? Wie kann man hier Freunde finden? Ah, da bestimmt. Hm. Ich schaue mal. Bestimmt war das mein alter Account. Hm, ich weiß es nicht. Erstmal alle Red Dogs hier eine Freundschaftsanfassung schicken. Bei manchen Spielen ist es, da kannst du auf Suche machen von die Leute, die gerade online sind. Das ist immer cool. Da musst du nicht warten, ob hier jetzt einer annimmt oder nicht annimmt. Okay, du musst schon warten, aber da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es angenommen wird, als so wie hier jetzt. Also, ich mag den Namen eingeben und dann... Und dann... Und dann... Hm. Da ist so ein roter Punkt. Sonstiges. das ist so ein Vorbild. Das ist so ein großer Glück. Einer hält. Ja, den hab ich. Achso, das ist auch nur ein Puzzleteil, glaube ich, so wie es hier aussieht. Gut, das ist das Königreich. Das ist das Königreich. Das ist das Königreich. Ja. Das reicht erstmal, oder? Ja. Ja. Jawohl. Guck mal, es kommen eigentlich noch ein paar Gefeste. Aber ich denke mal, ob ich hier am Anfang bin. Es sind noch nicht alle da. Ja, steht ja auch hier gesperrt. Ich muss erst 1,8 frei spielen. 2,12. Uiuiui, 1,2. Darf ich mal sagen, dann spielen wir mal schnell weiter. Ähm. Kampagne. Und Start. 1,2. 2,3. Achso, ich muss gleich meine Leute mal aufwerten. Aber wie gesagt, ich habe hier nur das Tutorial durchgespielt. Das sind die stärksten. Das ist die stärksten. Das ist die stärksten. Das ist die stärksten. Und dann noch etwas schifte. Das ist die stärksten. Ich mache hier schnell ganz gut. Was ist die stärkste. Wir müssen die stärkste. Das ist die stärkste. Und dann ist das. Der wird in die déclappe. Das ist die stärkste. warte mal charaktere aufleveln wo ging das also hier ging das aufleveln schon mal nicht laden ach ja feld gut das sind meine legendär die muss ich auf jeden fall aufleveln meine gegner sind hier alle schon so level 17 deswegen werde ich meinen jetzt auflevel 20 machen ein schärfen speer und ein schärfenes mind so 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 also so Die brauche ich auf jeden Fall noch. Die brauche ich noch nicht. Dann machen wir den hier nochmal auf. Die... Die nochmal auf 20. Damit haben wir jetzt zwei Tanks. Das war DD, Magier und Heilerin. Und der war halt... DD. Ja, müsste so passen. Die war Tank und der war Tank. Die ganzen Tank, Heiler, DD, DD. Oh, nee. Boah. Schnell noch ein paar Sachen einsammeln. Puh, Puh, Puh. Puh, 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 Puh. Puh, Puh, Puh. So, Kampagnen, jetzt geht es weiter. Ich bin ein Master in der Dark Arts. Ich bin ein Master in der Dark Arts. ok jetzt muss doch alles automatisch gehen ja das finde ich gut jetzt könnt ihr den vertreiben meine arbeitstasche packen oder was anderes machen so ein spiel gefällt mir dann kannst du kurz bleiben spielen lassen oder du machst nichts anderes ok 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 wir werden mal schauen wie weit ich damit komme wie viele dadys ich da vielleicht einmal freigespult habe Oh, die Dame ist natürlich fertig. Ich glaube da müssen wir auch gut aufhören. Weil ich ja noch gleich zur Arbeit muss. Geht nicht mehr weiter. Ah, wirklich wieder was gezeigt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, nicht nächstes Leben. Seine reicht mir. Ah, ich bekomme sogar zwei Puzzleteile. Das heißt, dann habe ich noch sechs Stück. Jetzt muss ich erst mal drei Teile kaufen. Kaufen eins. Ich kaufe das billigste. Zwei. Moment, den habe ich ja leider noch nicht. Drei. Nochmal bei den Dailies gucken. Zwei. Zwei. Zwölf. Ja. Kampagne. Ich muss jetzt bis nach 212 kommen. Das ist eine ganz schlechte Ecke. Uiuiuiui. Ja. Du hast da relativ gut gespielt. Ich muss jetzt mal wieder zurückziehen. Ja. 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 aja. Und man kämpft ungefähr 30 Sekunden. Noch... später habe es wahrscheinlich nicht gehört werden. Ich kann die Gegend nicht mehr in den Stab. Und ich kann die Gegend nicht mehr in den Stab. Ich kann die Gegend nicht mehr in den Stab. Zuckler Zeugs. Was? 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 Oh, ich bin gedaubert worden. Uh oh. So ein weiterer Hoh, weiterer Hoh. Geht das auch? Gibt's da nicht. Aufleveln. Ach, ausrüsten kann ich auch nicht. Schnell ausrüsten. Schnell ausrüsten. Blitze, oder? Zeus kriegt Blitze. Hier, die kriegt die Blätter. Sie ist eine Heilerin. Das war der andere Tank. Der war ja schon ausgerüstet. Noch einen legendären. Jetzt habe ich drei legendäre. Das freut mich. Ach so. Ich glaube ich mache am besten die Tanks erstmal hoch. Kein Geld mehr. Das war der andere Tank? Nein. Daneben. Das war der andere Tank. Das war es damit auch schon wieder. Na gut. Ich werde mal schauen, wie weit ich damit jetzt kommen kann. Ansonsten. Also um eine Daily frei zu spielen. Weil ich möchte ja gerne die ganzen Dailys machen. Zumindest so, dass ich alle Belohnungen für den Tag bekommen habe. Und wenn ich halt nicht zum nächsten Daily komme, dann kann ich halt nicht weiter spielen. Den habe ich gar nicht drin. Hm. WATIONER Tun Sie nicht mehr ? Das heißt nicht an, vielen Filter. Ein G-Tee-Tee? Ich muss euch�� Leute mehr weh mit deinen 나는 Sch centered地adura, das ist auch nicht an, wenn ich D-Tee die Punkte warne. Was Clinton GW-Tráin war? Ich glaub der ist auch ein Tank Ok das ist aber schade Überspringen! Er ist daunt. Nächstes Kapitel. 2.12. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Die Runde schaffe ich noch, aber ich meinte, ich komme nicht bis nach 2.12. Einer down. Die Gäste! Wir sind alle von Death's Wellen und zurückkommen. Das ist meine Welt! Die Licht der Gäste immer reflektiert auf meine Schilder. Die Licht der Gäste immer reflektiert auf meine Schilder. Die Licht der Gäste immer ist. Die Licht der Gäste immer aus. Boah, Tiedown. Nur noch zwei Tanks gehabt. Ah, Tiedown. Und drei Garten. Und drei Garten. Nur noch Zeus kennen. Ja. Da kann ich nicht mehr weiter. Ach, warum mach ich mich da? Ja, ich glaub das war's denn jetzt gleich so schnell. Ja. Ich hab noch mal schnell eine Zauberin. Und die Rote Boote einsammeln. Okay. Genial. Rote Boote einsammeln. Guck mal, mach ich überhaupt ein Tagebuch an. In der Tasche. Ein neuer Charakter. Okay. Oh, hab ich nicht. Ich bin hier für mein Spaß. Ja, jetzt nochmal gucken. Er ist 30. Okay. Sie ist 30. Und... Ah, er ist Diddy. Oh, da war ja alles okay. Den wollte ich auf 30 machen. Dann den jetzt auf 30. Weil er ist legendär. Das will help keep the memory of me alive. Ähm, legendär hab ich nicht mehr. Dann hab ich nur noch diese blauen. Dann nehm ich den auf 30. Dann kann ich jetzt noch die Heilerin auf 30 machen. Und der Arzt braucht Energie, um zu performen. Ah. Naja, ich kann sie nicht auf 30 machen. Ich würde sie gerne auf 30 machen. Geht aber nicht. 22 ist das höchste der Gefühle. Ah, ja. Hier haben wir einen neuen Charakter. Das heißt wieder 100 Diamanten. Ein Königreich ist was Neues passiert. Beschwörung sein? Okay. Nee. Mit Diamanten beschwören? Nee. Aber hier diese... Karten, 10 Stück. Das ist doch gut. Die Sprenger. Eine wöchentliche Quest sogar. Der ist nur der Hals. Und... Und drei Stück. Ulla. Ah, ich bin immer noch blauer. Oh, grün. Na gut. Halloween ist vorbei. Hier auch noch zwei Hälfte. So, bei Freunden ist etwas passiert. Oh, grün. Oh, grün. Oh, grün. Gibt es immer so Leute, die spielen die Spiele und sind irgendwie nur am Schreiben am Spielen. Ich verstehe sowas nicht. Wer möchte auch da Spiel spielen? Ähm, ja. Helden. Da wollte ich noch mal kurz durchschauen, ob ich vielleicht einen Aufstieg machen kann bei einem Charakter. Ah, ich habe hier nur drei neue Helden bekommen und die anderen waren... Ich weiß nicht, aber ich sehe... Oh, noch ein Legendär. Die kann man nicht aufsteigen lassen. Die blauen, okay. Aber ich habe jetzt fünf Charaktere, die legendär sind. Hades. Dann brauche ich den nicht mehr, dann brauche ich jetzt der Hades. Dann noch mal in eine Kampagne reingehen. Kämpfen. Und... Wechsel mal so. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, der Höhenhund von Hades war auch dabei. Okay, schon mal weitergekommen. Oh, der Höhenhund von Hades war auch dabei. Alles down. Ich habe noch... Die eine Daily... Bei zwei Straßen. Komm schon, komm schon. Andere, drei... Noch 2, oder? Dann habe ich den nächsten Dane freigespüren. Oh, ja. Verkraft, aber alle. Da ist er, 212. Jawohl. Jetzt schickt er mich auch direkt zu Dane wahrscheinlich. Niemals gibt es soé. Ja, da kämpfen weil ich es gegen Genie aus der Unterlandschaft Was ich da? Was ist das? Die Temperaturen sind heute wieder. Die Temperaturen sind heute wieder. Die Zeit ist heute hier. Feel the wrath of the God! Feel the wrath of the God! You are under life protection! Fear spots action. Black ravages the dark! This is my death. Daumen bei mir? Ich glaube die Zeit läuft schon mal ab. Ich freue mich, weil wir schon alle meine Leute da oben sind. Okay. Daily. Das war die Daily. Erfolge. Auffällig. Da haben wir jetzt noch was sonstiges. Gelb. Ich mag Geld nicht so. Ist nicht so meine Lieblingsfarbe. Auf Wohl. Na? Alles gut. 30. Ja, die sind jetzt alle Level 30. Dann werde ich mal hier auf 35 und auf 40 gehen. Und Hades auch auf 40. Mit auf 38. Auf Kampagne. Ach, hier ist noch mal was freigeschaltet worden. Ich glaube die nächste ist schon mal weg. Wir schauen mal wie weit ich jetzt hier komme. Oh. Ich habe schon gespielt. Oh. Schon noch viel. Ja komm. Wir schauen jetzt mal. Vielleicht ich komme. Gau, gau, gau. Ich habe keine Zeit. Gut, выгляд. Gut. Wir 35. Das Touch ist nicht genutzt. Feel the wrath of the gods! This was inevitable. Come join fight! Das Touch ist nicht genutzt. Das Touch ist nicht genutzt. Enough with the flowers and the flaws. Get ready for the next battle. Und vielleicht kommen wir noch 2,20. Ich weiß noch mal wie weit das geht. Manchmal ganz komisch. Mal sterben sie und mal überleben alle. Ich denke ich komme nur bis zum Boss. Ich weiß nicht welches Level das ist. Von Kapitel 2. Aber ich denke ich komme bis zum Boss Kapitel 2. Und den werde ich mich besuchen. Ich denke ich bin. Du bist nicht genutzt. Feel the wrath of the gods! Das war inevitable. Das war die Verkaufnahme. Das war die Verkaufnahme. Oh. Nee. Okay. Dann sind wir jetzt. Level 20. Das ist dann. Keine Ahnung. 24. Steht hier oben zumindest. Wäre noch 4 Level gewesen. Aber ich werde mal sagen. Das war's noch für heute. Geht schon lange genug das Video. Ich habe es leider nicht geschafft meine ganzen Dailies zu erledigen. Aber Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr euch dabei seid. Bis dann durch euch. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.